Entschuldigung, ich bekomme gerade eine Info von meiner Redaktion. Ich weiß, jetzt eine Pressekonferenz. Vom Mann, der so ausschaut wie der Innenminister und dem, der so ausschaut wie der Bundeskanzler. Ich schalte rüber. Geht schon los. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Wirtinnen und Wirte, liebe Gastronomen und Gastronomen, liebe Besucher und Innen von den zahlreichen Restaurants, die im Moment geschlossen haben, Nicht zu vergessen, liebe Gänse und Gänse. Wir wissen, den Wirten geht es in Zeiten wie diesen gar nicht um die Gans, sondern mehr um den Knädel. Als Leitfaden für die nächsten Wochen hat das Bundesministerium für Irreres, für das Martini-Fest ein passendes Lied geschrieben. Und zwar das Tavernenlied, damit die letzten Klarheiten ausgeräumt sind. Wir gehen nicht in die Taverne, heute Abend, da bleiben wir brav. Spazieren auch nicht in die Ferne, sonst gibt's eine saftige Strafe. Statt Gansl am Teller gibt's Pizza, geht's schneller. Rappimmel, rappammel, rappumm. Den Gänsebraten grillen wir heuer im Garten. Rappimmel, rappammel, rappumm. Genauso ist es. Zuhause bleiben. Von acht bis sechs trinken wir Zaus auf Ex. Rappimmel, rappammel, rappumm. Hinaus gehst du nur mit dem Hund, lullu. Rappimmel, rappammel, rappumm. Ich brauche es mir an, dass es lustig ist. Herr Schäfer, darf ich auch bitte genießen Sie die Martini ganz zu Hause, solange Sie noch können. Weil es kommt die Zeit, dann nehmen wir sie wieder aus, wenn wir Weihnachtsgans. Klar ist auch, dass der heilige Martin grundsätzlich gut ist. Aber ich möchte schon betonen, dass der heilige Sebastian mehr gefeiert werden darf. Danke für eure eingeschränkte Unaufmerksamkeit.